Moin Freunde! Willkommen zu einer neuen Folge von The Lego The Movie Game. Ja, die erste Folge habe ich im Kasten und jetzt geht's langer Weg nach unten. Bin mal gespannt. Und dabei schön die Steine einsammeln. Jo. Das ist korrekt. Manchmal sieht es nicht so lange aus. Und der nächste Fall. Aua, aua, aua. Das tut doch weh beim Zugucken. Autsch. Vorlaufend Hintern. Aua, ah, ah, uh. Und der nächste. Ich komme auch noch Feuer dazu. Ach du heiliger Bim Bam. Aua, heißer Gelegenheit. Mein Gott, wie lang geht's denn runter? Das hat mir das überlebt. Ah, 100% die Steine eingesammelt. Gut, am Anfang ist es auch noch einfach. Aber dann wird es auch immer schwerer. funny. Also es ist ein Spann. Ach ich es nicht, gegangen ist. Das war's. Das war's. Ja, die lernen wir noch kennen. Mr. Squatch Post. Squatch, oder wie die heißt? Cardio Cary. Barista Larry. Und das war's. 10.760 goldene Steine. Und am Ende waren's 118.390. Der Besondere. Keine goldene Steine gefunden. Level abgeschlossen 1. Der Besondere 2. Das sind, glaube ich, Baupläne. Und das sind die goldene Steine. Damit, wenn man eine bestimmte Anzahl hat, kann man noch Figuren und Autos freischalten. Also, für die 100%. Wenn ich dann die Besondere schaffe, dann ist das schon gut. Okay. Jetzt schwimmen wir die. Nein. Das war verkehrt. Aber da unten sind noch Steine gewesen. Ja, ja. Turm-Railer-Stil. Hm. Was macht die auf der Baustelle eigentlich? Und dann wollen wir den Legungssteine sammeln. Ach ja, das ist die Zwischenwelt. Die Grünen führen uns zum Weg. Wer? Trump? Nee, garantiert nicht. Das ist hier die Zwischenwelt. Um zu der nächsten Mission zu kommen. Einfach nur den grünen Steinen folgen. Entschuldigung. Flucht aus Steinstadt. Ja, das hört sich ja wieder mal spannend an. Was macht nicht weiter. Vielen Dank. Ai, ai, ai. Hm. 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 Noch eine ohne Fahrschein? Ja. Ja. Hö, der Roboter. Ja. 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 Ah, der blöde Knopf. So, eins von dreien Anleitungen. Na, und nun weiter? Manchmal kommt man nicht weiter. Na, und was ist da drin? Oh, die Kamera, die macht lang, lang, leider manchmal nicht mit. Vielleicht muss ich noch mit den Lesern was machen. Jetzt bin ich mir nicht gerade sicher. Ah, da. Ich sehe schon. Nein. Da muss ich hin. Na gut, ein blindes Hund findet auch mein Korn, ne? Haut ab, ihr blöden Idioten. Hm. Klasse, kein Thema. Doch. ich muss machen losgekuchen dann wollen wir mal die goldenen steine weg machen perfekt du gehst am schnellsten die blöde big x club ach ja da kommt ein spezieller spezielle figur hin ein astronaut und haben wir zwei alle r r r r r r r Und Ferrische. Und Ferrische. Das riecht ein Ärger. Das riecht ein Ärger. Das riecht ein Ärger. Ich könnte auch nochmal schießen. Das riecht ein Ärger. Das riecht ein Ärger. Das riecht ein Ärger. Das riecht. Das riecht ein Herz. Das riecht ein Ärger. 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 Das riecht ein Ärger.